Hallo hallo ihr Kunstbanausen. Das da weg. Das da an. Das da aus. Das da an. Mal ganz kurz. Diesen da machen. Diesen hier. Sehr schön. Helft alles. Ja, Mikros an. Passt. Vielleicht ist das Video verrutscht. Wie sieht mich gerade alles in Loll. Genau, noch Tarell verwollte ich heute nochmal. Lass mal hier. Chaos Verfolgspunkte. Die nehme ich da gut an. Charaktische Season. Ja. Kann ich die Obel abholen. Passt. Hier sieht es aus zu verkaufen. Wieder ein Geschenk. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Da kommen wir jetzt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Bewertet, die seinen Gegner werden 30 Minuten lang verdoppelt. Besiegt Erfolg gewertete besiegte Gegner. Achso. Oh. Oh. Anscheinend mögt ihr mich doch. Anscheinend mögen. Achso. Wollen wir doch mal landen. Achso. Wollen wir doch mal landen. Und dann kann man es nicht nur gucken. Da hin. Boah, der Radus Quino dauert eindeutig zu lange. Echt? Ich finde den in dem Spiel relativ schnell. Nee, da gibt es schneller Radus Quino. Im Vergleich sind manche andere. Da gibt es schnellere. Ich sag nur Boole Simulator. Haha, gut morgen die erste Folge. Ich finde das Spiel so geil, das gibt es morgen wieder als gut morgen zu schieben. Nicht auf andere Pedalities. Ist schon geil. Äh, da lang. Ah, ein Zeigert-Nachricht. Kann die Kamera nicht einfach mal so bleiben, wie ich die einstelle? Die Taxiplattformen sind geöffnet. Meine Güte. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen... Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen... Glockenläuten. Sooo... Äh... Glockenläuten. Und jetzt, äh, da lang. Das ist mein Angebot. Seht euch schnell um. So, du bleibst kurz drunter. Du wirst verkauft, du wirst verkauft. Das war hier 5.000 bis 3.000 Heilungen und ich rede hier noch mit Zungen anrufen. So, holen wir noch ein paar extra. Echt 5.000 bis 3.000? Boah. Ich habe gerade mal 1.300 bis 1.600. Ich hatte 1.007 bis 2.000. Und die machen 2.000 bis 3.000 Heilungen. Da habe ich mir 40 Stück geholt. Boah, warte mal. Hier sind sogar noch 1.000 anstatt 1.500. Egal. Ich bin halt mit einem außergewöhnlichen. Abklingzeit 1.30. 1.30. 1.30. 1.30. Ja, bleib. Guck wie gesprungen. Überragendes Medikit. Das von mir. Das habe ich da verkauft. 16 Minuten lang erhöht deine Ausdauer. Erhöht deine Präsenz. Ausdauer, Präsenz, Beherrschung. Rackgolimpfstoffe brauche ich nicht. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Da wollen wir mal. Da wollen wir mal. Der Typ ist hier leuchtet wieder. Ne, im Maßsturmgefängnis war ich ja schon. Ich muss hier rüber. Dachtal fünf hier. Dachtal fünf hier. Boah, ist mir warm. Ey. Das ist ja. Ich werde es so aushalten. Echt so warm? Ich sitze hier als Schutz vor mich hin. Ein ganzer blauen Himmel bei uns. Aber es ist herbstlich frisch so. Also, eine leichte Brise weht aber, selbst wenn ich das Fenster bin und rohe. Ey, das ist schnitt. Das ist schnitt gemacht. Ihr habt Taral fünf erfolgreich infiltriert. Die Imperialen denken, es wäre nur eine weitere Fähre mit Versorgungsgütern. Ich übermitte euch die Koordinaten eines Imperialen Sicherheitskonten. Nehmt ihn ein und kontaktiert mich durch das Netzwerk der Festung. Im Rest erledigen wir. So, ja. Dann mach's schon mal vor. Es ist eine Imperiale Patrouille voraus. Verhindert, dass Sie den Außenposten alarmieren. Ich bin ein. Ich bin ein. Echt auf. In einen ich eine Flasache gehe? Ich bin ein. Echt. Und ich habe mich mit den Wolken-Oper-Denken. Denklar. Und ich kann den bullshiten. Wurzate! Ich bin ein. Wurzate! Ok, jetzt stellt sich mir die Frage, warum wird so keine Bonusquests angezeigt? Ah ok, weil ich die schon alle erledigt habe. Cool, brauche ich dann nur noch durchschreden. Ja, das machen wir natürlich gerne. Hier kommen wieder irgendwelche Monster, gegen die will ich nicht kämpfen. Fünf Meter Abstand vom Feuer, die sind trotzdem los. Ok. Töter Da 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 daバon Ah, das wird mir jetzt da als Bonus an mir zeigen. Hä? Warte mal. Das stimmt doch gerade hinten und vorne was nicht. Oh. Egal, scheiß noch ein Bonus. 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 Okay, drei Videos zu schneiden. Egal, scheiß noch ein Bonus. 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 Egal, ich denke mal 50 werde ich hier auch noch schaffen. Egal, ich gebe nur über den E-Mail einnehmen und auf das Netzwerk zurückgreifen könnt. Egal, ich gebe nur über den E-Mail. Ja nicht, das ist so. Ja nicht, das ist so. Muss ich besiegen? Schatz, Kammer, Armee hat geklappt. Und der steht drinne als... Steht der als Tank drinne? Der Unterstützungs-Druide? Ich weiss das grad gar nicht. Der ist Tank. Okay. Außer du hast es umgestellt, aber standard gemäß ist er immer drin. Ich weiss nicht, wo ich das umstelle. Ich hab auch keine Ahnung. Die ist dann auf Heilung aus. Kann ich schaden? Oh, gut. Oh, die sind nicht. Komm, Armee! Wenn ich mich schaden. Ich fühle mich nicht, Armee! Oh, ja. Echt gut. Okay. Gekäpsen, Dingsbums, muss ich auch noch kämpfen, da war doch was, jetzt komme ich nicht da hindurch, na dann, ich bin's eigentlich, Junge. Wir machen hier keine Gefangenen, also wenn ihr 8 Lords gegen dich gekämpft habt, was wirklich so gut war, dann waren sie schlecht dahin, wir kämpfen alleine gegen dich, ich hab's auch nicht gelassen. Ich hoffe, du redest nicht mit Mio, nö, mit dem Käpt'n Schiwaneck hier, auch für mich rein. So, und jetzt, ey, 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 du da, so'n Arsch, große Schnauze, da liegen sie echt im Bett. Ich kämpfe den Erreißer noch besser als der. Wundern, Mann. Joa. Gut, der hat ein Backpack gedroppt. Gürtel. Ne, Hurricane Crystal, Bonner Crystal. Äh, meine Angriffskraft geht hier flöten, ne. Aber Kira vielleicht. Dein Gürtel, wo hast du'n da? Äh, Verteidigung 13, Ausdauer, Beherrschung 44. Das ist ja der gleiche Gürtel. Okay. Hervorragend. Ihr habt uns Zugriff auf die Kommunikation des Imperiums verschaffen. Seid ihr da? Ich höre laut und deutlich. Ha, ha, ha. Unsere Datenhacker schalten gerade unbemerkt das imperiale Sicherheitsnetz aus. Der Feind wird eine böse Überraschung erleben. Die Zeit des subtilen Vorgehens ist bald vorbei. Begebt euch vorsichtig zur Festung. Wenn ihr dort seid, schlagt schnell und gnadenlos zu. Es gibt keine höfliche Art, eine imperiale Festung im Sturm zu erobern. Im Normalfall würde ich euch raten, die Verluste gering zu halten. Doch diesmal ist unser Ziel zu wichtig. Ich übermittele euch die Koordinaten der Festung. Der Greek-Computer ist erstaunlich kompakt. Es wird euch keine Probleme bereiten, ihn zu transportieren. Von jetzt an werde ich Funkstille bewahren, solange kein Notfall eintritt. Utec, Ende. So, dann... Dann lass ich die da wieder eine Runde fliegen. Hehehehe. Das ist immer noch geil. Das ist immer noch geil, wie einfach wegfliegen. Hier, das muss ich auch von mir... Wie sieht es eigentlich hier unten aus? Äah, das, weil Halla Vermächtnis ist. Ihm. Mit 242.000 braucht es 253 Punkte. Okay. Es kommt ein Regen aus Feuer. Der Hass des Vernachtens brennt alles nieder. Auf mich. Ja. Apropos, du warst ja auch schon auf dem Gefängnis. Ja. Weißt du, weißt du, wen du da brennt und hast? Hier, der da unten drin ist. Ja. Und? Er hat einen ganz besonderen Hintergrund. Er wird das zwar nicht sagen, aber bevor The Old Republic auskam, gab es dann auch die Spiele Knights of the Old Republic 1 und 2. Ja, die kenn ich. Im ersten Teil spielst du diesen Jedi. Es ist Darth Revan. Echt jetzt? Ja. Wird ja auch gesagt. Ja, ich weiß, dass Darth Revan heißt, aber nicht, dass der... Es ist der, der im Grunde 300 Jahre vor der Zeit spielt. Und seine Begleiterin war ein Jedi namens Bastila Schade. So, und wie heißt auf Taifon die Jedi-Meisterin? Mit Nachname? Die heißt nämlich auch Schade. Ich hab's auch schon wieder vergessen, wie die heißt. Die heißt auch Schade. Ja, das ist ein Nachfahren von der anderen Jedi-Meisterin aus dem ersten Teil. Ich hab die Knights of the Old Republic Spiele das letzte Mal vor... auf diesem PC noch nie gespielt. Da war ich... Warte mal, da bin ich mit meiner Ex in unsere zweite gemeinsame Wohnung gezogen. Ich bin jetzt zwölf Jahre... Wir haben zehn Jahre zusammen, dass wir ja getrennt sind zwölf Jahre. Vor zehn Jahren hab ich das schon das letzte Mal gespielt. Und ich weiß das heute noch. Joa. Seiner Star Wars wird halt. Wo man sich da auch wieder drüber schreiben kann, inwieweit Comics und sonstige. Ja, die Spiele, also... Ob die Spiele und Filme alle so zusammenpassen, keine Ahnung. Ist mir eigentlich eine klare. Es ist einfach... Es geht einfach nur darum, dass ich mir halt wirklich... Solche Sachen, die man sich eigentlich gar nicht normal merken tut... Die sind bei mir einfach eingebrannt. Oh, warte mal. Nein! Ähm. Ähm. Oh, ich kann hier hochlaufen. Scheiß Wächter-Ruine, ey. Wolltest du mich von der Brücke bauen? Das ist dann... Wow, mit Kira hat mir nicht gerade so viel. Ne, ich stand seitlich von dem. Und mit Kira hat er es geschafft. Wow. Ah, schon wieder. Ah, ich will nicht neben denen stehen. Die steht halt irgendwo unten. Die steht halt irgendwo unten jetzt. Die steht halt irgendwo unten. Die steht halt irgendwo unten. Loll! Ähm, ähm, Kira? Gut, dann nicht. Kämpfe ich alleine. Da kommt der Nächste. Och Mensch, Kira, jetzt gehst du mir auf den Sack. Fortschicken, rufen wir. Da ist er wieder. Kandil kannst du dich wieder runterbauten lassen. Fortschicken, rufen wir. Dann. 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 Du 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 Rupp So Brück ist befreit Jetzt gehts da hoch Extra noch gab es hier ja keinen Rupp Imperiales Bollwerk Hier komm greif mich man Ich will dich fliegen lassen Das ist so geil Achso hier waren ja wieder 2, 3 Gebäude Ach ne hier waren mehr Gebäude Hier drinnen musste ich irgendwas machen Irgendwelche Terminates anklicken Hä ich kann dich gar nicht mehr anklicken Ok dann habe ich das schon gemacht Na dann Würde ich sagen gehen wir einfach weiter Oder war das eine Bonus Mission? Ich weiß das gar nicht mehr Ihr habt eine Schuld zu begleichen Sie wird mit Blut gesünd werden Hä? Ich habe eine Schuld zu begleichen Welche denn? Ich habe doch gar nichts gemacht Ich bin ganz lieb Ich verstehe die Frau einfach nicht Ich verstehe die Frau einfach nicht Ich verstehe die Frau einfach nicht Ich verstehe diese Frau einfach nicht. So, das haben wir hoch. Was ist das? Doktor Saren. Okay, der müsste eigentlich easy sein. Ich verstehe diese Frau nicht. Ich verstehe diese Frau nicht. Ich verstehe diese Frau nicht. Okay, okay. Okay. Hallo, kämpf doch mal. Okay. Okay, der ist down. Die Viecher sind auch down. Und... Ähm... Wo ist ein südiges Geschenk hier, oder? Das nenne ich mal ein Geschenk. Ich weiß, ich mach dir immer Geschenke. Ah, ja. Ich hab mit der schon geflirtet. Ah, okay. Das war was zum Heilen. Ähm... Warte mal. Wo muss ich jetzt hin? Dunkelwissenschaft... Flashpoint... Ne, ich muss doch... Warte mal. Hä? Wo bin ich? Ich bin doch von da gekommen. Ich muss da lang. Eine Schlange zum Wurf. Ja. Ich höre das zu... Da. Ich schaff schaff. Ehm... Okay... Ichöh. Ich weiß nicht. 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 Oh! Na, die umrenne ich einfach mal. Äh, keine Ahnung was das für ein Gebäude ist. Komme ich da überhaupt rein? Ja. Da gibt's aber keinen Gegner. Äh, doch! 3 Sith! Den Kampf vermeide ich. Äh, zum Entgegner. Ich will doch nur zu. Das Gute wie das Böse werden in Flammen aufgehen. Endgegner. Ja. Was ist das? PD 44. Ich glaub da muss ich rein. Ja. Ja. Sieh ihre Perimeter-Verteidigungs-Protokoll. Ja, wie der Taufrisch. Ja. So, das ist die Wurz. Ja. 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 So, hey, da ist er schon runter. Reicht. Nebbi hier. Sicher schreibt dich, der Finsam zu sein. Hier scheint nicht empfindsam zu sein. Keine Sorgen. Hier scheint nicht empfindsam zu sein. 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 Hast du das letzte Mal an dem geschaut oder? Ne. Nicht an dem. Ja. So. Das auswechseln. Gibt's hier dann irgendeine Crap? Ähm, Kira. 606 Rüstung. Alter, du hast von Anfang an schon eins was besseres als es meins gab. Du Luder! So. 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 Hydroide. Hier was zu verkaufen. Äh, was ist das? Experimental Lämpfstoff gegen Cerca Corporation, der vom Brandenfieber will ich nicht. Präsenz will ich nicht. Ich möchte gerne irgendwas mit Stärke oder so haben. Ausdauer. Beherrschung. Da haben sie kein Stärkestim. Ausdauer. Ausdauer. Beherrschung. 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 Ne, gibt's nix. Wow. So. Hier kann ich nix anklicken. Nö. Der Raum war umsonst. Na dann. So. Oh, es hat wieder... Scheiße. Wir haben schon drauf geachtet. Ähm. Sind da irgendwelche SIV-Idioten? Hier muss ich sehen. Forschungsstation. Okay. Ich muss fortan. Ich muss fortan. Ich muss fortan. Ich muss fortan. Äh. Doktorarens Labor. Da muss ich hin. Okay. Ich muss fertig sein. Ich werde mich wiederum. Das ist das. Oh. Du 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 duu du 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 du. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nee, das ist nicht der Rauch. Das war nicht der Raum. Ich muss hier lang, tatsächlich. Störfokus von Bovin, ne? Der scheint, naja, eins ist besser als meins, das andere ist schlecht. Sobaldababum. Ja, wie ein Wähler? Ich weiß nicht, dass ich den Barschkopf habe. So Mamas, wir lassen sie wieder fliegen, ey. Ähm, ne, da muss ich nicht hin, da raus ist umsonst. Da haut der Schiff einfach vor mir ab, ey. Was ist das denn für ein Feigling? Das kann doch nicht angehen. Okay, das ist lustig, ich die Dinge hier drin noch kaputt mache, aber die anderen fünf werden schon draußen kaputt machen müssen. Ähm, unten oder oben lang? Ich glaube oben, ja. Ne, unten lang. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. So. So Mamas. Alles klar. Der Raum ist wieder sinnlos. Wir müssen bei dem Sif tatsächlich lang. Wer kommt da hin? Wir haben ja nicht da. Was ist der Boss? Ach gut Mensch, das ist keiner. Nein, aber das ist ja so selbst nicht der Boss. Ja. Echt? Warte mal, ich muss das mal ganz kurz gehen. Der General Edeka ist der Schlussendboss von Tamiya 5. ja okay was glaube ich ich wüsste nicht was er noch kommt was war denn das dann damals für ein quest da waren nämlich edel da bin ich mit keine ahnung was für ein level rein und ich konnte den einfach nicht legen ich war wie jetzt ausgerüstet mit unterstützungsdroide und 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 den konntest du einfach nicht legen weil du da irgendwas machen musst da hast du vier säulen drinnen da musst du was machen ja du musstest dem aber gleichzeitig noch schaden mit zufügen und hast du nicht gesehen und dann war das wohl doch eine andere quest ja ich bin auf jeden fall bei dem angekommen bereit Männer ja ich sehe es aber an dem der das nicht war der war eigentlich nicht schneller die große sauer ja 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 he individuals ja 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 ich ja okay stimmt ist Cent ja ich Angriffsmodus Sigma! Erledigt sie! Ich werde diese Basis nicht verlieren! Ich werde euch persönlich töten, wenn ich muss! Da hat so mal irgendwie die Schüsse dazukommen, das sehe ich doch auf der Mini-Messer! Ja, ey! Kann sein, dass er da war! Das ist mein Schlachtfeld! Abschau! Ihr verlasst es nur in einem Leichensack! Besonders, was er irgendwie... was anderes gemacht hat! Ja, das denke ich dann eher. Dann kann aber sagen, es gab einen Bonus-Quest-Cast, der einen gewissen Kast hatte! Das kann ich dir jetzt nicht sagen! Keine Sorge! Keine einzige Bonus-Quest-Cast gemacht! Keine Sorge! Keine Sorge! Keine Sorge! Keine Sorge! Keine Sorge! Okay, weil du hast hier vier so eine Dinger drumherum stehen, oder drei, mit denen kannst du dich heilen! Ohne dass du das verballerst! Ach, ich habe über 60 Medi-Packs im Inventar! Ich habe über 60 Medi-Packs im Inventar! Naja, ich nur 40! Das reicht! Äh, ja... Flashpoint-Ausgang, das war er dann schon! Aber ich muss erstmal da auch noch was machen! Äh, wo ist es denn? Auf der anderen Seite! Da... Hä? Republikanische Schlechter! Ihr seid in eine souveräne, imperiale Welt eingefallen! Habt Dutzende von Unschuldigen abgeschlachtet! Um was? Unsere Forschungsergebnisse zu stehlen? Diese Anlage verfolgt eine friedliche Mission! Wir kartografieren den Mahlstromnebel zum Nutzen aller! Überlasst mir die Technologie, die ihr einsetzt, um durch den Nebel zu navigieren, und ihr werdet nicht verletzt! Wie das übrige Personal, das ihr verschont habt? Ich bin kein Narr! Wenn der Rest der Galaxis von diesem grundlosen Angriff erfährt, wird das Böse der Republik endlich entlarvt! Es wird niemanden überraschen, wenn die Jedi als Kriegstreiber entlarvt werden! Alles, was ihr jemals wolltet, war die Auslöschung meiner Kultur! Euer Imperium hat diesen Krieg begonnen, und davor waren es die Sith, die versucht haben, die Jedi zu versklaven! Wir haben kein Vergnügen am Töten! Aber wir tun, was wir müssen, um die Republik zu beschützen! Erspart mir eure Plattitüden! Ich weiß, was ihr wirklich seid! Mörder! Ihr verdammt hunderte von zivilen Wissenschaftsschiffen, die den Mahlstromnebel erkunden! Elektromagnetische Strahlung verändert jeden Moment die sicheren Navigationsrouten! Ohne präzise und rechtzeitige Koordinaten aus dem Grie-Computer werden tausende guter Leute, unschuldige Wissenschaftler, für immer dort drin feststecken! Die Republik lässt keine Zivilisten sterben! Übertragt euren Wissenschaftsschiffen neue Koordinaten und befehlt, ihnen umzukehren! Dann gehört der Computer uns! Aber unsere Forschung! Die ganze gefährliche Erkundung wird ohne eine vollständige Karte umsonst gewesen sein! Übertrage jetzt die Koordinaten! Der Computer gehört euch! Ich hoffe, er geht kaputt, wenn ihr ihn das erste Mal benutzt! Ich hätte ihn vielleicht doch töten sollen! Bitte melden! Ich wiederhole! Bitte melden! Meine Flotte erleidet schwere Verluste und die Verteidigungen der Festung bröckeln! Wir haben keine Zeit mehr! Bringt den Computer zur fairen Rampe der Festung! Ihr könnt in einem ihrer Schiffe entkommen! Wir treffen uns in republikanischem Raum! Geht jetzt! Ja! Gut! Ich habe das auch gleich abgeschlossen! Nice! Hey, was läuft denn hier draußen? Hey, wir sind die Schnieke! Hui! Das war knapp! Großmoth Killrun zerstörte die Festung nur wenige Augenblicke, nachdem ihr fort wart! Wir haben schwere Verluste bei Taral 5 erlitten! Die Dantuin, die Serokko und mehr Raumjäger, als ich zählen kann! Aber wir haben jetzt keine Zeit, die Toten zu betrauern! Wir müssen gegen das Gefängnis des Imperiums vorgehen, bevor der Feind seine Verteidigung verstärkt! Auf Taral 5 hat eure Jedi-Freundin mir Warnungen übermittelt! Ich konnte sie nicht sehen, aber es war ihre Stimme! Gut! Sie ist eine mächtige Verbündete und ihr Rat ist nützlich! Hört auf sie! Meine Techniker haben den Recomputer an den Hyperantrieb der Telos angeschlossen! Wir berechnen eine sichere Route zum Mahlstrom-Gefängnis! Wenn wir eintreffen, brauche ich meine besten Leute an der Spitze! Ihr seid die einzige Hoffnung des Gefangenen Jedi, lebend dort rauszukommen! Wenn es sein muss, schneide ich jede Panzertür von Hand auf! Das könnte zeitaufwendig werden! Selbst mit einem Lichtschwert! Ich schlage vor, ihr sucht zuerst nach den Schlösseln! Diese Mission wird noch weitere Leben fordern, bevor sie endet! Aber es ist ein notwendiges Opfer! Der gefangene Jedi kann diesen Krieg beenden und unzählige Welten retten! Wir stehen kurz vorm Sprung in den Hyperraum! Begebt euch zur fairen Rampe! Ihr startet auf mein Zeichen! Möge die Macht mit euch sein! Hä? Das verstehe ich jetzt gar nicht! Ich hab doch das Mahlstrom-Gefängnis schon abgeschlossen! Hier die Gefangene! Story Mahlstrom-Gefängnis! Flashpoint! Hä? Man muss da einfach nochmal vielleicht rausgehen und nochmal rein zum Reden mit dem! Weil ich hab natürlich erst das eine gemacht und dann das andere! Na ich hab ja erst Mahlstrom-Gefängnis gemacht, dann Taral 5 und jetzt hab ich wieder zum Mahlstrom-Gefängnis! Äh, ich komm dort auch nicht mehr rein! Das ist jetzt rot! Okay! Interessant! Äh... Aber... Äh... Wiederholbar! Diese Mission kann später wiederholt werden! Ist mir schon klar, aber... Ich... Ich hab das ja schon gemacht! Ich hab ja Revan schon befreit! Also das ist komplett gerade sinnlos für mich! Das wird mir halt auch nicht angezeigt, dass ich im Hangardeck nach unten muss wegen der Quest! Aber hier wird's mit... Och ne, ich muss das echt doch mal machen! Naja... Scheiß drauf! Mal extra XP mitnehmen! Naja... Vielleicht gibt's nochmal guten Loot! Und... Ui! Wie das hier! Äh... Wie lange bin ich dabei? Eine Stunde, zwei... Guuuut! Dann mach ich ne ganz kurze... Pause! So... Bis gleich! Jupp! Rockstar, dance until I drop! My life is as hard if my home is the club! My stage is the dance, your body never... Stand up! BEEF1